Alles Gute zum Valentinstag! Bist du alleine zu Hause? Hast du keinen Partner, keine Partnerin, mit der du diesen Abend, diesen Tag gelesen kannst? Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben und ich möchte meine Liebe mit euch teilen. Einige Sachen aufgeschrieben, die ich an euch mag. Die Abonnenten, die Follower, die Fans von Deutsch D1. Eine Sache, die mir gefällt an euch, ist, dass ihr neugierig seid. Ihr seid außerdem motiviert. Ihr seid tiefgründig. Ihr denkt über viele Sachen sehr, sehr tief nach. Ihr seid sehr oft, viele von euch sind sehr leidenschaftlich. Ihr lernt nicht einfach so, sondern ihr lernt mit viel Leidenschaft. Ihr seid empathisch. Ihr seid sehr respektvoll. Und alle, die auf Telegram folgen, nicht nur auf Instagram, sondern auf Telegram, ihr gehört zur Elite. Und wer noch nicht auf Telegram folgt, schreibt einfach Deutsch D1. Das D muss groß sein. Ciao. die Kiel esto lắng mit них in den Raum behebt. wie lange dr plataforma dförĩalt.